hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video heute habe ich für euch mein tablet dabei und dieses rote licht hier und dieses rote licht kann man einfach mal anschubten dann schwebt es ein wenig im tablette rum und dann kann man es sogar aus dem tablet herausnehmen genau dann kann man es zum beispiel jetzt mal wandern lassen achtung genau so sieht es dann aus und man kann es sogar durch köpfe wandern lassen achtung 12 genau jetzt essen wir es einfach mal genau und achtung 12 so so Untertitelung. BR 2018